Warte, 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 ich will mitfahren, Moment, warte kurz! Stopp! Ey! Junge! Das versteht er doch gar nicht. Scheiß. Ja, dankeschön. Hol ich mir. Mach ich dir easy. Mr. Kacknoop. Ah, jetzt von wo? Ach! Noch schön den Eingeschniedelt. So, Jungs, ich mach das. Geh zur Seite, ich flieg. Ich nehm erstmal C ein. So wie sich das... Alter, mein Mausband ist dafür zu klein. What the fuck? Wo bin ich denn jetzt? Ach, hier ist schon eingenommen. Aha. Ich muss in den Einsatz. Ich kann ja nicht so rumkacken wie ihr. Ciao. Mate, mate, warte, 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 warte. Alter, was geht jetzt ab? Noch ein Panzer in Höhe. Aha, Moment. Alter, ich schieße ihm so in den Arsch. Ich hole ihn ja jetzt. Hopp, 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 geh runter. Bert, wo bist du, du kleiner Pisser? Aha. Tja, da ist das Lack ausgegangen, Monsieur. Oh, scheiße. Okay, ich spattet an, an meinen Tank. Alter, der hat ein kleines Auto durch den Stab. Fuck. Ab heute hasse ich Roboter. Da ist so ein Sportboot dagegen gefahren, gegen das Haus. Ist eingestürzt. Scheiße. Das sind halt die Papierhäuser so in Amerika. Guckst dir an. Papier und Pappe. Und so ein bisschen festeres Papier. Die Amis, oder? Alter, du verstehst ja nicht. Woo! Ich fahre irgendwo hin, wo man Leid abschießen kann. Alter, wo fährst denn du hin? Ich soll nicht gegen die Brücke kämpfen. Na jo, jetzt steigt er aus und verpisst sich. Da, guck mal. Bam, 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 bam. So. Abgestürzt. Kommt, Männer, das können wir schaffen. Strengt euch ein bisschen. Oh no, die schießen zurück. Aber jetzt im Ernst, das können wir schaffen, Männer. Jo. Henry, bitte flieg richtig. Henry! Achtung. Hoppa. Okay, das ist zu gefährlich. Ich muss da kurz jemanden hinschicken. Math. Let's go. Da ist einer. Da ist einer. Okay, kommt der jetzt zu mir, oder was? Okay. Jetzt passt mal auf. Das wird jetzt der Hammer. Na, Sniper. Es gibt Skins. Ich nehm Hunter. Oh, wie geil. Achtung, Scharfschütze. Alter, was war mit... Oh, oh, oh. Alter, von wo? Von wo? Von wo? Was? Zwei? Oh. Alter, wo kommt die an? Panzerchen, hallo. Mit der vielleicht einen kleinen, aber feinen Bum-Bum. Reicht das? Oh, sieht der mich hier, oder was? Ach, so ein Quad, oder? Schon lecker. Oh, und Enemy Chopper. Gar kein... Wow, 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 wow. Ich glaube, da fährt er... Oh nein, ein Panzer auch noch. Leute, bitte mich verarschen. So, stopp, 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 stopp. Panzerchen, Panzerchen, Panzerchen. Es war an diesem Moment, dass Nathan wusste. He fucked up. Was kann man denn hier machen? Oh. It's pretty... Nice. Auf mich schießt also jemand. Auf den Profi der Scharfschütze. Was sagst du dazu? Down, Monsieur, down. Klar habe ich eine Claimor bekommen. War logisch. Womit hat er eigentlich geschossen? Mit einer Piste, oder was? Den wollte ich nehmen. 10.000. Das mache ich so alle paar Sekunden wohl, ne? Oh. Ich wollte noch verzweifelt nach links springen. Oder ihn runterschießen. Das hat beides nicht so geklappt. Captain Magnethelm. Ja, klar. So siehst du auch aus. Das gibt es noch. Revanche, Magnethelm. Das gibt eine Revanche. Magnethelm. Wow. Nein. Ja. Weg, weg, weg. Der ist ein Panzer. Weg, 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 weg. Oh. Fuck. Das ist mein Arsch. So, Panzerchen. Jetzt aber richtig. Ich bin gleich da. Nee. Have fun with that enemy chopper. Okay, okay, okay. Du siehst mich jetzt nicht. Gut. Gut. Hier. Ja, ja. Das ist die Vorlage. Hoppa. Alter, die Skyline. Fucking amazing. Aber jetzt mal ohne Flachsäure. Ich freue mich ultra aufs neue Battlefield. Das wird so ödel. Hallo. Wie er mich snacken wollte. Nicht mit mir, Madame. Er gibt mir einfach keine... Oh. Alter, was ist... What the fuck? Okay, mache ich dir. Um. Alter, die haben hinter mir die schon wieder eingenommen. Hallo? Ich bin Squad Leader. Rette den Squad Leader. Ach du Scheiße, von wo? Oh, hi Mark. Hinter mir! Oh. Oh mein Gott. Das hat mich gerettet, das Teil. Oh, Hallöchen. Warte mal, warte mal. Ich habe eine Idee. Oh, easy peasy. Ja, ja, ja. Renn mal in meine Nade rein, bitte. Dankeschön. Junge, da oben sind zwei Stück. Meck die mal weg. Oh, ja. Noch eine. Oh, easy. Da ist noch eine. Und noch eine. Noch eine. Alter, was für ein Pistol Run. Nehmen wir es ein Panzer. Oh mein Gott. Jetzt ist Chat-Time angesagt. Jungen von Mädchen. Bye, bye. Bapapapapapapap. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, ich sterbe. Leute, ich mache das schon. Keine Sorge. Ich fahre einfach easy peasy. Oh nein. Ins Haus. Schäden die Fratz. Also ich meine, den seitlichen Seitenkopf. Jetzt gehe ich einfach auf die andere Seite. Hallo. Ist da alle gespawnt? Stopp! Oh! Inhuman Collections! Hallöchen! Hat da eigentlich irgendjemand Medic? Oh, wenn ich's vom Teifel smash! Oh! Uh! Ich kann das einfach mal nach... Nee. Fuck! Fuck!